Hä? Ich bin plötzlich in so einem Garten gelandet, Leute. Ja, richtig. Hier ist das Camp. Und da ist der Gerrit und der Totos auch hier. Und wir sind jetzt hier im Camp, oder was? Warte, nee. Ich bin doch nicht wahr. Ja, pass auf. Der muss doch eh nur hier eine Karte oder sowas machen. Du musst doch mit einem quatschen oder so. Oh, hier sind die aber richtig. Das ist ja ein schönes Camp. Und von hier aus, das ist also unser Hauptlager hier in The Walking Dead. Hier kannst du Waffen bunkern und Sachen kaufen. Und du musst hier mit dem Typ, mit diesem Anderson hier quatschen. Ah, der Anderson, der gute. Mal gucken. Ich probiere mal, hierher zu kommen. Geht mal mit dem. Okay. Hello, high water empfiehlt er mir. Sollen wir machen, ja? Aber was kann ich denn noch mit dem reden? Gar nichts, oder? Der empfiehlt mir jetzt ja nur eine Mission. Das war's. Bye for now. Genau, okay. Das ist ja netter. Wie schön die Sonnenblumen hier aussehen, Mensch. Ja, verstehe ich, ne? Wir müssen zusammenhalten. Habt ihr da gehört? Können wir überleben? Peggy Ann, was kannst du denn hier machen? Okay, Peggy. Boah, so ein Ding wär geil. Mir fehlt's irgendwie an Kram, ne? Um was zu kaufen bisher, ne? Ja. Also, so viel kaufen ist noch nicht. Jetzt am Anfang. Was ist hier, ne? Da kann man es in die Kiste tun. Geil. Ich will diese geilen neuen Waffen haben, Gerrit. Hehehehe. Verdammt. Und was hat der gute Manni? Hast du die Mission jetzt angenommen, ja, ne? Äh, ja, genau. Jetzt sind wir Hello High Water, ne? Ja, komm, komm, ey. Aber schon cool gemacht. Und diese Base haben wir ja verteidigt. Richtig, genau. Das ist unser Camp hier. Die haben wir mit unserem Leben verteidigt. Das war ganz schön spannend, ey. Muss ich sagen, das Spiel geht schon richtig ab. Und jetzt kommen ja hoffentlich keine Zombie-Orden erstmal mehr hin, ne? Die Familie benutzt walkers gegen uns. Eine Distraction. Und es funktioniert. Während wir sie kämpfst, sie raided unsere Storehouse. Killed einige gute Leute. Wir können es gehen. Revenge will nur get you killed. Except, sie verraten unsere Wasser-Purifier. Rainwater's not gonna cut it. But I'm not about to drink my own piss. So, we're getting it back. A mess of walkers between us and them. But this time, we're on our guard. We move slow, careful. We got a chance. We're getting that Purifier back. Come hell or high water. So, da sind wir auch. Wir sollen jetzt die Familie finden hier, die sich hier irgendwie versteckt hat, oder? Ja, wir müssen hier leise sein. Ach du Scheiße, ernsthaft? Ja, weil wenn du Krach machst, alarmierst du die Zombies? Nee. Dann haben wir Party. Dann riecht die Hölle aus. Verschreckte Familienbesuche. Hier rein und Türe zu. Bleib hier zurück. Okay. Oh, ich glaube, ich wurde gesehen. Ja, komm rein, Türe zu. Hm, okay. Hier sind überall Sachen am Boden und sowas. Ich sammelze automatisch ein. Schränke kannst du dich suchen. Okay. Und so ein Kram. Ah, das ist cool. Also, man muss es nicht mehr aufheben. Nee, also blaue Sachen. Oh, fuck, hier sind welche. Wo? Oh, schließe. Okay, ich glaube, ich habe es. Schöner Fernseher. Ich bräuchte Hilfe hier unten. Okay. Oh, oh. Wir sind nur zu dritt diesmal. Das sind... Oh, Gott. Warum liegst du denn schon wieder? Weil ich die Tür... Ich bin jetzt gemacht, ich habe die Tüß habe. Ich mach die Tür, ich mach die Türe. Nimm du die im Raum. Oh, fuck. Tür safe. Die Tür ist aber weg. Das war mein Fehler, sorry. Ich habe eben zu lange gewartet. Ich kann mich ein bisschen auf. Ja, Maric. Danke. Das ist ja so, ich mach die Türe. Okay, von oben. Wir haben... Der ist am Linken, wie da weiße und kriegt nichts mit. Wer? Du! Ich bin da ganz vermogen. Ja, du bist dann gestorben. Ja, weil ich die Tür beschützt habe. Das ist ja, wir gehen oben, du bist doch weiter. Oh, wir wollen. Der reicht hier. Boah. Der Schädel nicht mehr, du. Die krasse Mission. Alter, der liegt. Der macht schon. Boah. Können wir uns gleich gegenseitig treffen? Ich kann mich grad noch ein. Boah, wie heftig das aussieht dir. Ach, Punkt. Da kommt einer. Ach, cool. Und die Schlecht kann man auch ausbauen. Verstehe. Hier unten kommen drei Stück. Die müssen nicht raus. Oh mein Gott. Mit Toto und Gerrit hier. Und schnackt über den. Hier bricht ich die Hölle nachher aus. Okay. Was ist das irgendwas? Nein! Das meinte ich. Okay. Warte mal. Lass mal still jetzt. Die haben wir noch nicht aufgeschreckt. Wir sollten das jetzt mal auskosten. Okay. Besser keine Knarre mehr. Hier kommen zwei, drei Stück. Vier Stück. Das war gut. Vorsicht. In die Hocke gehen lieber. Sauber. Wir brauchen so einen Drahtschneider hier. Bequise Mechanical Kit. Oder wir gehen hier außen rum. Oder wir gehen hier außen rum. Wir gehen hier außen rum. Wir haben immer so was. Habe ich dich getroffen, Toto? Nee. Nee, ne? Okay, wir brauchen einen Oh. Zange oder sowas. Oder wir gehen hier raus. Hier am Zaun entlang hier draußen. Eine Schneider brauchen wir. Was ist hinter dir? Das ist einer hinter dir her. Oh, das ist richtig geil. Sieht das aus hier. Ja, ne? Was ist hinter uns? Hinter uns, Toto. Okay, scheiße. Jetzt habe ich ein Problem mit uns. Liege. Wir müssen mir helfen. Wenn es geht. Oh nein, ich habe geschossen. Das war scheiße. Ich muss schnell hoch, mehr um. Ich schieße jetzt mal weg, Wurz. Ich schieße jetzt mal weg, Wurz, ne? Danke mal. Ich stelle schnell die Waffe wieder in die Hand. Die andere. Hier müssen wir Sachen suchen. Hier, in dem Gebiet hier. Das sieht echt so krass aus wie in der Serie, ne? So vom Styling, der hat nur ja, das ist geil gemacht. Was müssen wir denn für Sachen suchen? Könnten Batterien sein oder sonst irgendwas. So Autobatterien für den Stromschlagrat wieder anzuschmeißen. Munition, ein bisschen. Boah, ich muss die Schläger hier aufladen. Boah, wenn man die auflädt, dann wird die wirklich krass. Boah, ekelhaft. Ich schaue hier mal so ein Midi-Ding hin. Okay, sieht gut aus. Wir können euch mal restaurieren. Was restaurieren? Mal verbinden und so. Die Mauer schminke, ja. Okay, das haben wir gut gehend gekriegt, ne? Ja, bis jetzt, ja. Das ist noch geiler, die Mission, finde ich fast. Ich kann doch Autos looten manchmal. Au! Vorsicht, Falle! Trägt's Flammen, ey. Hier gibt's richtig viel Stuff. Oh, Mechanic Kid braucht hier irgendwas. Und irgendwie, ne? No power, sagt der. Ja, du musst noch Batterien haben. Ich hab eine, Fuse. Fuse, ne Sicherung, die musst du irgendwo... Guck mal. Ja, hier, irgendwo muss ein Kasten sein. Ja, hier. Power Needed. Verdammt. Wir müssen irgendwas noch vorher machen. Kann ich jetzt benutzen? Hier. Wirecutter brauchen wir erst. Leute. Wir bauen echt... Wir brauchen, wir müssen so ein Ding, so ein Schneider holen. Eine Zange. Kabelschneider, was weiß ich. Oh, ich komm auch hier hinten rein. Au! Verdammt. Verdammte Pfeilen, Alter. Okay, aktiviert. Wir brauchen Fuse. Fuses brauchen wir, fünf Stück. Ja, hab ich eine. Du bist da reingekommen. Von der Seite. Vorsicht, das ist nur ein Zombie. Oh fuck, ich liege. Ich hab's richtig gegeben. Oh, you won. Oh, you won. Hast du gehört? Entschuldige, was? Hat er gesagt, ne? Ich wollte nur mehr werden. Oh, ich bin zu spät geschlagen. Ich muss das Timing ein bisschen optimieren. Okay. Na ja, dann müssen wir mal noch ein bisschen rumziehen. Weiter in den Häuschen rum, ne? Ich glaub, da ist doch die Garage hier, ne? Ach, die geht gar nicht. Hier ist noch ne Fuse. Juhl ist hier auch. Auch eine? Ja, dann haben wir alle, wa? Nee, ich glaub, oder? Ich glaub, noch eine. Ja, perfekt. Und jetzt das Benzin. Und packen wir das denn rein. Oben, oder? Nee. Ach, guck mal, hier. Müsste eigentlich auch noch Fuses rein. Ja. Oh Gott, das müssen wir nachher bestimmt auch noch in Gang setzen. Und hier kann man das Benzin reintun. Du brauchst nur ein Benzin-Kanister. Hab ich. Und jetzt müsste es eigentlich... Perfekt. Ja, du musst doch klappen jetzt. Jetzt zum Hauptturm. So, jetzt das Tor aufmachen? Mhm. Und da fehlt bestimmt auch irgendwas. Ja, es klappt. Vorsicht. Vorsicht. Runter, runter. Versteckt von den... Oh, da kommt einer. Wir sind laut, wenn wir... Die kommen alle, oder? Ja, okay, dann sollen die kommen. Von hinten ist safe. Im Moment noch. Äh. Oh, da liegen überall noch Klamotten rum, die man looten können. Vorsicht. Die Fallen sind so mies. Damit locken wir die alle an. Hm, ich werde es nehmen. Hm, ich werde es nehmen. Hm, das sieht interessant aus. Lore-Item. Okay. Vorsicht, hier kann man drüber warten. Voll getroffen. Alter. Jetzt haben die Musik irgendwie gemacht. Da zieht die Zombies auf. Ja, das wird übel. Lass es so außen rum werden, komm. Achtung, da vorne könnten die jetzt sein, ne? Ja, Tschöse. Was sind das für Typen? Das ist die andere, das sind so wie, ähm, wie Xavier oder sowas, weißt du? Ja, ich verstehe. Die andere Gruppe. Ja. Und jeder kämpft ums Überleben. Wir sind hier. Wir suchen mich. Na, da. Hä? Okay, dann wollen wir mal. Scheiße, meine Waffe. Egalo. Krabben. Nichts nachgeladen. Okay, jetzt aber. Voll dumm. Voll auffällig so. Sorry, Leute. Boah. Geh mal durch die Küche. Und du, wir feiern die vorne hin. Oh, da sind viele noch. Viele Zombies auch hier am Start. Oh, Gott. Boah, da kommen ja richtig viele, verdammt. Lass uns mal in das Haus zurückziehen. Was ist denn hier? Ich nehm schon hier den Kram mit, irgendwie. Okay. Komm rein, Toto. Ich bin in der Küche. Verdammter Arsch. Achtung, die sind hier draußen am Fenster jetzt. Ja. Den haben wir. Da sind noch ein paar. Da hinten sind Scharfschütze. Wo? Links am Roten Haus. Ja. Verdammt. Wofür kann ich den hier durch erwischen? Siege. Kommst du dir. Scheiße, keine Muni. Boah, ich liege. Der Scharfschütze hat mich erwischt. Ich habe schon einmal den Kopf gehoben. Habe ich hier oben, Toto. Direkt neben dir. Verdammt. Krieg auf. Scheiße, Gerrit. Hol den Toto schnell hoch. Oh, nein. Du musst beantworten. Ich bin nicht in der Nähe. Hier, Dig, ich. Hier oben. Hier oben liege ich. Ich geh nach unten. Ich geh nach unten. Der Scharfschütze. Cool. Sau gut. Danke. Und jetzt geh nach unten. Der ist so krass. Boah. Kann doch nicht sein. Nur drei Schuss, Mann. Headshot. Oben ist der Scharfschütze. Headshot. Ich habe sie beide. Safe. Muni, links, 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 Toto. Was ein richtig geiles Game. Ach du Scheiße. Bin eine Bärenfalle. Oh nein, wie gemein, ey. Wir müssen nicht hoch, Gerrit. Ich brauche erstmal hier Sachen. Ich brauche dringend Munition. Was ist denn überall fein, Jungs, ne? Bin hier auf dem Dach vor dem Haus. Boah. Scheiße. Boah. Das war knapp. Vielleicht in letzter Sekunde, ey. Dass sie keine Muni dabei haben, die Dreckspässer. Das ist ja wohl ätzend. Ja, manchmal läufst du drüber, ne? Ich bin aufgeladen. Oh mein Gott. We're all counting on you. Find the family hideout and get back what's ours. Willst du auch runterhauen, oder was? Glaube ich schon. Gerrit, wo bist du? Du müsst euch irgendwie mal heilen, Jungs, ne? Ja, ich weiß nicht wie. Ich glaube, ich habe Kontagen, aber... Soll ich ihn nehmen, genau. Cool, da geht. Nee, geht nicht mit eh. Da habe ich einen Wurfmesser draufgelegen. Da muss das wechseln, glaube ich. Mit I oder so. Und I oder I oder H. Okay, wir haben die jetzt gut ausgem... Äh, ich glaube, wir können wieder runter, oder? War jemand schon in der Küche? Nee. Dann bin ich schon durch. Ja, okay. Hier sind immer noch Sachen. Und jetzt sind die Pistolenkugel. Von da, schon statt. Und dann bin ich schön hier, ne? Sie sieht voll geil desigend aus, muss man sagen. Und wo bis dann lang geht dann? Firecutter! Den Raum annehmen, den Raum wieder. Kann da brauchen nichts mehr zu tun. Das ist ja minimal. Minimal-Munition jetzt wieder. Soll man weiter? Oh, jetzt habe ich hier. Guck mal, ich kann Granaten herstellen. Was? Wie denn? Ja, ich habe jetzt gerade die E. Also hier, wenn du abdrückst, ne? Dann hat es in drei Buchstaben. QFE, ne? Da habe ich Q lange gedrückt und dann hat er eine Granate gebaut. All right, got it. Das habe ich jetzt gebaut. Mit F. Und jetzt mal mal noch hier Lockpicks. Ach, Lockpicks habe ich gemacht, der klar. Wie bist du auf das Video gekommen? Äh, gedrückte halt, nein, einfach tap. Ja, knapp. Was? Ich müsste mich verbinden. Ah, die Lockpicks bringen ja nichts jetzt in dem Fall. Doch, verschlottert für den Schlösser da so. Ah ja, genau, okay. Vorsicht. Da sind die Burschen. Dunks, wir... Sollen wir weiter? Die kommen jetzt gerade, glaube ich. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl. Wir müssen hier hoch. Ich habe hoch. Na, wann kommen wir her? Bist du dir sicher? Ja, ja, ja. Bin ganz da oben, oder was? Ja, ja. Was da? Okay. Ich bin auf dem Dach auf dem anderen. Und es sind verdammt viele Beißer. Building a brighter future. Die sind da drüben? Da müssen wir rein. Andere Straßenseite. Was bedeuten diese Ringe um die Viecher? Kommt erstmal auf das Dach hier. Ja, warte, ich bin noch ein Plünder hier. Oh, oh. Ich glaube, die haben mich gesehen, oder? Okay. Ich glaube, das ist die Sichtbarkeit. Ach, guck mal. Das ist einer mit so einer Barrikade, ey. Wie krank. Ja, ja. Ah, cool. Die kämpfen gegen die Zombies dann da. Ja, ich verstehe. Das ist der mit der Barrikade schnell vernichten. Oh Gott. Ich hätte nicht auf mich aufmerksam machen sollen. Erledigt. Ich habe mich erledigt. Den Typen habe ich erledigt. Aber wisst ihr was? Wir sind voll schön. Ach so, das ist der Gerrit. Ja. Und das ist der Toto hier. Jo, Leute. Wir haben jetzt noch. Bin kurz vor Toten. Der Sterben. Pass auf, gefangen gleich nach oben runter. Oh, das ist... Oh, nein. Oh, nein. Boah. You'll be fine. Come on. Quiet down. Careful out there. Cool, der Anker. Ähm, Horde kommt. Verdammt. Lassen wir hier rüber. Die Wiese, wo die herkommt. Shit, Alter. Mich so hart erwischt. Nein. Achtung, Zombies sind unter uns jetzt. Oh, nein. Ich glaube, mein Spielschirm ist da drauf. Nee, ich glaube, mein Spielschirm ist da drauf. Nee, ich glaube, mein Spielschirm ist da drauf. Okay, Sniper ist auch da drauf. Kommt ihr rein. Das ist noch ein anderer Spieler. Das ist ganz gejoint. Ja, das ist gut. Ja, das ist echt gut. Sollen wir mit dem LKW gucken? Oh, dem Van da, meine ich. Okay. Okay, wir müssen irgendwie Power. Was? Wollt ihr da? Okay, dann müssen wir das Ding erstmal mit uns laufen bringen. Dafür brauchen wir aber auch Power irgendwie für den Weg. Ich glaube, ich schlaufe. Ja. Ja. Irgendwelche Supplies. Die Dinger sind zu. Okay. Ja, Mann. Ähm. Ähm. Okay, nehmen wir noch. Oh, Braislift. Ah, gut. Verdammt, Alter. Die sind wieder richtig fette rum. Können wir nicht den Dings wieder zurückfahren, dass die nicht wieder zu uns kommen? Oh, die kommen jetzt alle von hinten. Dieser eine Typ, der ist sofort der Kandidat. Der rennt einfach weiter. Das ist das beste, was du jetzt machen kannst, Alter. Gut, dass ich... Aber auf jeden Fall raufgehen werde. Komm, komm, komm rein. Bist du? Ja, bin drin. Oh, fuck. Wer im Falle? Ich helf dir. Hält du ab, halt du ab. Ich bin voll raus. Komm, schnell rein, Toto. Hier. Hab Türen zu? Scheiße, Mann. Hängen draußen. Jetzt, komm rein, Toto. Komm rein, schnell. Komm rein, hier. Ne, richte die Türen. Türen zu. Oh mein Gott. Geh weiter, weiter. Was liegt da noch? Oh, fast scheiße, Brunner aus dem Weerenfalle. Und noch mal. Geh hoch, geh hoch, treff mal aus. Sechs war alle von dir. Verdammt. Wow. Verdammt, scheiße ist das. Geil, Mann. Keine Medics aufnehmen. Wie kann ich mich unterziehen? Ich kann auch keine Medics aufnehmen, die ganze Zeit. Vielleicht, weil wir F zu viel Lockpicks haben. Ja, aber, ja. Aber muss irgendwie wechseln können. Okay, komm. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Ach, scheiße. Verdammt. Der bestimmt beschissene Wirecutter, ey. Ich will den Grat dadurch durchschnibbeln. Die Gratschere. Oh. Ähm. Sorry. Hahaha. Aber ist gar nicht so schlecht. Dann rennen die alle da hin. Oh, das wäre ein Falle. Ich hänge fest, oder was? Hier, hier kann ich Lockpicken. Wir sind hier im... Ach, scheiße, wieder eine BNR. Ja, das ist fünf Meter weiter, ist die Treppe, Toto. Ich schmeiß mich mal hier runter. Hier, dass ich hier runterschmeißen. Hier gibt es jede Menge Kram, Leute. Was ist das denn? Da war ich aber kaum. Cool. Hier ist der Survivor, der sieht der Chili aus. Boah, ist das scheiße, wenn man in der Mauer festhängt. Wie, du hängst in der Mauer fest. Ja, ich mach mich mal hier raus. Hä? Ja, der hängt da fest. Könnt das denn passieren? Wieder so ein Bug, so ein nütziger. Ja, wir schaffen das in der ersten Runde bekanntermaßen eh nicht, Toto. Soll ich dich mal schlagen? Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht, weißt du, einen schlagen? Ich würde mal interessieren, wie kann ich hier auf Bandage wechseln? Verdammt, ey. Doch wo ist mein Inventar? Wenn du es rausgefunden hast, seid mir eben Bescheid. Boah. Scheiße. Scheiße. Oh, ob das mit dem Auto ist das jetzt, ne? Vorsicht, da sind überall welche. Nicht nur Zombies. Das ist kein Problem. Das wird frischisch schwer hier. Was darf ich liegen? Was ist da passiert? Hä? Ich habe irgendwie einen Headshot bekommen und bin direkt raus gewesen. Ach du Scheiße, da kommen noch viele. Nichts bei mir an der Wand aussieht, wie der Toto da lag, weiß ich. Och, da war ja gar keiner von uns. Da ist gar nicht keinem geholfen. Es lebt noch einer. Da ist alles wieder da. Ach du Holy. Wo seid ihr hier? Jungs. Ach du Scheiße, ich habe keinen Fluchtweg. Das ist die Hölle hier. Die bricht die Hölle aus. Die muss mir jetzt mal in Sicherheit bringen. Wenn die da hin, ist gar nicht so schlecht. Cool. Mach mir Autos an hier in der Ecke. Das ist auch noch aus, aber leider nicht. Ja, ja, die kommen überall. Kommt hier rüber? Kommt nicht. Weil ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht. Weil ich beides. Chambiz scheiße. Geh nicht, geht nicht. Da haben wir wieder auf den Weg hinweggekommen sind. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Verdammt. Nein. Wo bist du, Gerrit? Hinterm Auto. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Doch, 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 die kommen hier nicht hin. Ja, du kommst auch nicht mehr weg. Das ist wohl wahr. Ja, deswegen. Okay, Gerrit, das war's für dich. Verdammt. Ich hab'n Lockpick hier. Ich hatte doch einen Lockpick. Scheiße, Mann, hier ist der Survivor. Ich muss ihn gar noch nicht ohne Gerrit jetzt gehen. Und der Toto ist auch da. Seid ihr da? Kommt, Jungs, kommt rum. Die Tür ist offen hier. Ihr müsst außen rum. Alter Schweden. Oh, verdammt. Nein. Aber wie kann ich mich heilen? Wie kann ich... Ja, das haben wir... Hau kein Ei. Bitch on a belly. Nein! Komm, ich den Control Panel. Ich hab's. Kommt ihr, kommt ihr, Jungs. Ja. Da ist ein Loader. Ich weiß, wie der heißt. Geil, der Kasper. Der stirbt nicht. Boah. Hier, hinter. Hinter. So? Alles an Munitionen und erstmal hier was geht. Erstmal hier raus, oder was? Moment, hol dir erstmal Muni jetzt. Überall so Kisten und so. Der ruft nach dir, Aiden. Ey, komm mal hierher. Oiden, komm mal hierher zu mir. Jungs, ihr müsst das Ding nehmen. Der ruft doch die ganze Zeit. Der redet mit euch, ingame. Der ist ein Teil. Der ist ein Teil. Der ist ein Teil. Wir brauchen das Ding. Wir brauchen das Ding. Ouch! Boah. 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 Alter, wäre ein Glück, dass der dabei ist. Da wo? Aber werden abgeholt. Ein Signal zu tun, oder ne? Ja, Fireflagern. Ja, Mann. Schön. Aber das gibt noch mal bestimmt einen Tanz. Ja, vor allem, wenn der eine kommt, ist gleich mal zum Pick-up. Dann wird das interessant. Ich bin auch mega gut ausgerüstet, so ein bisschen nicht. Ey, warum bleiben wir hier? Müssen wir hier oben bleiben? Keine Ahnung. Wo kommt noch mal ein Fahrzeug hin? Das ist doch nicht gut, oder? Ach so, ach so, in einer Minute kommt er das Fahrzeug. Oben, rechts. Wird die Munition sparen, oder? Ja, das dem mal machen, ne? Unsere Kollegen. Voll gemein. Aber das ist ja noch der Überlebende, der muss auch noch irgendwie rauskommen. Ich knall meine mit der normalen Knarre ein bisschen. Ich kann nicht verschwenden. Die kommen mir gar nicht hoch, ne? Ich hoffe, die Stapeln sind Knarre bestimmt. Oh, geil. Gucken wir gerade in den Options. Oh, bei mir sind sehr viele. War eine gute Idee, hier oben stehen zu bleiben. Okay, verdammt. Let's go, komm. Boah, was eine Action-Mission. Richtig geil. Kommt, Jungs. Haltet euch fest. Jetzt wird geschreddert. Geh, bleib, wir reinwerfen das Ding. Geh, werft eure Dinger da rein. Was für Dinger? Ja! Oh, schön. Ja, mega. Richtig gut, ey. Das war mal eine richtig geile Mission. Hat richtig Spaß gemacht, ey. Junge, junge, junge Freunde. Ich bin schon ein bisschen in den Schwitz geraten. Aber das lief doch wunderbar. Ja. Wenn das nicht mal einen Daumen nach oben bei YouTube... Vielleicht mir jetzt schon die Sprache verschlagen. Hehehe. Ja, ja. Das war mal. Untertitelung des ZDF, 2020